Je länger ich lebe, desto mehr stelle ich fest, dass mit guten Freundinnen an deiner Seite alles möglich ist. Carrie, ein Türschneid rein? Die Zukunft ist ungeschrieben, denn wir stehen an verschiedenen Punkten im Leben. Und heute Abend musst du alles geben. Hi! Kommt doch heim! Auf wie vielen Dating-Apps bist du? Ich warte immer noch auf jemanden, der eine erfindet, die heißt Hier ist der Mann, den du immer wolltest, Zima. Hier ist X, Y & Me. Wie steht's mit dir, Carrie? Hast du je in der Öffentlichkeit masturbiert? Nicht seit Barneys geschlossen hat. Hallo Schatz, da bin ich wieder. Ich weiß noch, wie du Pullover im Bankofen aufbewahrt hast. Es wird immer Wege geben, die du nicht gehst. Du kannst nicht alles haben? Doch, du kannst. Es ist nur wirklich schwer. Ihr wollt nicht mehr sein, was ihr seid? Schaut auf der Schublade und endet euch! Und einfach so, nach all den Jahren und all den Veränderungen, bist du immer noch du. Hallo, ihr Lieben. Hiya! Die is 真的, die Sch Untertitelung des ZDF für funk, 2017